Ja, da staunst du, dein Alter macht die Biegel. Sag noch ziemlich dreist, rat mal wohin ich fliege. Ist das nicht zum Schreien, ist das nicht zum Schreien, 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 ist das nicht zum Schreien, schrei mit mir. Du bist ganz allein, ohne deinen Süßen, nichts mehr übrig, nur der Duft von seinen Füßen. Ist das nicht zum Schreien, ist das nicht zum Schreien, 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 ist das nicht zum Schreien, schreie mit mir. Was ist schon so traurig, wie die letzte Flasche Bier? Allein im Schrank, mit nem Liter Milch, oder vielleicht noch ne Dose Thunfisch. Oh, muss nicht sein, du hast Schwein, ich hab massenhaft Bier, also her mit dir, Baby, trink mit mir. Also, wie gesagt, du sitzt vorm Telefon, wenn du abhebst, hörst du nur den Dauerton. Oh, ist das nicht zum Schreien, ist das nicht zum Schreien, 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 ist das nicht zum Schreien, schrei mit mir. Oh, ist das nicht zum Schreien. Oh, ist das nicht zum Schreien. Oh, ist das nicht zum Schreien. Untertitelung des ZDF, 2020